Oh, vorhin ein Häkchen. Er hat geschaut. Häkchen. Vor so ein komischer Kompass. Okay. Häkchen, Häkchen. Warte mal, ich will noch ein anderes Häkchen haben, ne? So. Wartet. Ich hab gesagt schon, wir wollten eigentlich Pause machen. Ich war jetzt anscheinend schon noch bei der Tür. Aber ich bin jetzt noch neugierig. Oh ja. Ne. Ach, komm ich von hier aus überhaupt da hin? Ja, genau. Ne, halt. Ach, hier komm. Ach, Mensch. Ja, 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 komm schon. So, wieder wach geworden. Trottel. Ja, eigentlich bin ich der Trottel. Bin falsch gelaufen. Mann. Sorry, ein bisschen verwirrt. Ich weiß, wo ich hin will. Ach, ich muss erst mal. Da, 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 da. Mann, du eine Saum. Du eine Saum. Das macht aber Spaß, ey. So ein geiler Sprintjump. So. Einfach mal hier runter. Weee. Du, 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 du. So, dann noch mal hier runter. Und jetzt kann ich wieder da mal, vielleicht waren auch alle komplett fail, aber das fail mir jetzt halt so auf. So, hier runter. Und ich lande auf dem grünen Weg. Und hier waren wir halt noch nicht. Yes, Level 6. Sehr gut. KP um 7. Abwehr um 1. Glück um 1. Yeah, das sich immer freut. Das sind bestimmt auch Random-Werte, oder? Kann das sein? Nein, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, langsam hier rüber. Oder waren wir hier schon? Ah. So. Keine Ahnung, vielleicht war ich hier ja doch schon. Das war alles so komisch. Das war doch alles so komisch. Komischer als komisch. So, hier aber. Hä? Anscheinend war ich hier doch schon Leute und ich hab jetzt einfach nur wieder nur Scheiße gemacht. Okay. Gut. Sorry. Naja, man wollte halt mal gucken, ne? Also, hier bin ich aber komplett falsch, ne? Den kann ich gleich wieder... Ja, ja, komm hier. So. Machen wir es so, wie wir es richtig gemacht haben. Hier runter. Nein, nicht mich angucken. Die, 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 die. So, tschüss, Mann. Überlebt er so weit immer noch. Ne. Vor ihr landet. Wie er rennt, ey. So richtig energisch so. Na, aber. Sehr geiles Zelda-ähnliches Spiel, aber vielleicht... Na, das sind eh nicht... Na doch, eigentlich ist es eher Zelda-ähnlicher, weil er halt keine Runden-basierten Kämpfe hat. Weil er halt so actionmäßig hier ist. Aber ist geil. Schnell, bevor der Zauber mich trifft. Da kommt er. Wow. Okay, gut. So, hier einfach die Mitte gleich. So, stopp, stopp, stopp. So. Oh, ich glaube, hier bin ich falsch. Einfach durchgelatscht. Ich glaube, der ist böse, oder? Wenn die... Wenn die... Ich erinnere mich an Zelda-Dinger, dann kann ich die, glaube ich, gar nicht töten. Lass ich es einfach. So. Ark. Ich habe eine Darbietung für dich vorbereitet. Ich hoffe, sie gefällt dir. Wir präsentieren die höllischen Huber-Hupfer. Was? Was bist du denn für einer? Komm her. Oh Gott. Nein. Komm her, du Sau. Okay. Toll, erst mal treffen den Typen. Autsch. Hey, das war gemein. Aua. Yes, erwischt. Wow. Okay. Er wird immer kürzer. Komm her. Yes. Voll erwischt. Wo bist du hin? Ja, voll erwischt. Yes. Yes, nödo, lido. Fats. Yes, wieder erwischt. Tua. Und weggekickt. Er hat ja. Huah. Huah. Yeah, Alter. Ihr verrascht mich hier nicht, Mann. Komm her. What's up? Huah. Yes. Du, du, du. Und explodiert. Und tschüss. Und wo ist hier noch einer? Wo ist hier noch einer? Ich hab' gewonnen. Ich hab' doch gewonnen. Äh. Das war unsere heutige Show. Vielen Dank. Das war ja einfach. So, Leute. Der vierte Turm. Die Musik ist echt schön. So, und hier nachher, wenn wir jetzt wissen, welcher Kontinent jetzt kommt, machen wir erstmal eine Pause. Ein kleines Päuschen. Echt mal, Chad meint auch schon, wer gerade Snakey spielt oder was? So richtig krass. So. The World. Hey. Das ist schon wieder die dritte Form, die so ähnlich aussieht. Was ist das jetzt? Australien aber nicht, oder? Aber was gibt's denn? Es gibt ja, doch, es gibt ja auch nur fünf Kontinente, oder? Warte mal, es gibt Europa, Asien, Amerika halt. Europa, Asien, Amerika. Obwohl, eigentlich ist ja, Eurasien ist ja ein Kontinent. Vielleicht ist es Kanada. Oder Südamerika, Nordamerika, Eurasien. Ähm, halt, ähm, ähm, Afrika und Australien. Was haben wir jetzt gekriegt? Nachttimmel. Wir, diese Berge. So, dann sind wir jetzt gleich auf dem Weg zum letzten Turm. Weniger mal spannender, was wir auf dem letzten Kontinent machen würden. Oh, weia. So, was ist das jetzt? Ist wirklich Nordamerika. Auch Amerika, oder? Oder was ist das? Nordamerika, okay. Kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Ja, wird jetzt bloß noch Australien. Da, 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 da. Und alle werden wieder aufgetaut. Ey, was haben wir denn verursacht, ey, als wir diese scheiß Trulie eröffnet haben? Erstmal alle eingefroren und irgendwie die... So, Leute. Würde ich aber sagen... Oh, ich kann hier gar nicht in die... Ich kann hier gar nicht... Polis, stopp. Okay. Ich kann hier gar nicht rein. Dann gehe ich noch schnell zu dem Turm hin, wo er auch immer sein mag. Der war ja hier irgendwo. Hier ist er, der letzte Turm, Leute. Der last Turm. Geil. Aber erstmal bis hierhin machen wir mal ein kleines Päuschen und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Freunde, es geht weiter. Ich bin total heiß auf dem Spiel. Das ist richtig geil. Aber mir wurde, als ich die Pause eingeleitet habe, einen Tipp gegeben. Ich soll unbedingt nochmal speichern. Ja, das ist eine gute Idee. Ich gehe deswegen auch nochmal ganz schnell zurück in unsere Hauptgebiete und speichere nochmal. Und hier unten muss ich ja auch nochmal rin, wenn ich alle Türme habe. Soll ich da unten rein? Okay, merken wir uns. So, Gott. Wie komme ich da jetzt nochmal am einfachsten hin? Leute, ich muss gucken. Ich muss gucken. Diese surreale Perspektive hier, ey. So, okay. Ich kann hier leider nicht schneller laufen auf der Overworld. Aber ist ja auch egal. So. So, jetzt sind ja schon wieder mehrere Leute. Alle wieder da. Oh. Die Tür geht auf. Oh, ja. Ich lasse mich mal von dem Weisen einfach heilen. Na, euch gibt es wieder einen guten, na? Seltsam, dass der Weise nicht wütend ist, obwohl die Tür offen steht. Als ob er wollte, dass man sie öffnet. Aha. Der alte Sack, der... Was gibt es? Okay. Swit. Ark ist wieder genesen. So. Ein Schläfchen im Bett kann ich auch heilen. Ach, Möne. Moritz. Ich gehe doch auch gleich in den fünften Turm. Lass mich doch erstmal speichern. Wurde mir geraten. Im Chat. Das ist gut. Ich habe lange nicht mehr gespeichert. Guck mal. Yeah. Schon anderthalb Stunden hier zockt. Sehr gut. So. 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 Jetzt können wir gerne weiterspielen. So. Dann geht es wieder. Hallo. Du kannst mir beim Kochen helfen. Okay. Die sagen, als ob nichts die Wesen eher. Hier hast du den Krug. Hier, Ma'am. Was soll ich das mal? Nicht wieder in Ketten legen. Erst mal. Gämmchen. So. Das habe ich auch gesehen. Ist doch egal. So. Ob die Magier irgendwas Neues haben? Oder am anderen sind die noch alle noch nicht wieder da? So. Habt ihr irgendwas Neues? Sonst will ich nichts von euch haben. Willkommen. Äh. Nö. Na denn nicht. Hast du irgendwas? Ne. Die erzählt uns bloß, was die Kristalle sind. Ich habe jetzt genug Geld. Ich gehe jetzt nochmal in den Laden. Und kaufe mir jetzt ein bisschen fettere Rüssi und sowas. Ah. Da hat er bloß. Ja. So was hier. Das macht Verteidigung um eins erhöhen. Ey. Wie dumm. Und das macht den Angriff stärker. Wo liegt mir die wenen Sachen hier? Sind ja auch die einzigen Sachen, die man hier hat. Was ist das hier eigentlich? Ah. Heilt Vergiftung. Wichtig oder nicht wichtig? Äh. Äh. Ich hole mir erstmal. Ich hole mir einfach mal das Tier. Einmal sollte er ausreichen. Danke mal. Und einfach mal. Das ist anscheinend eine neue Waffe. Aber die andere heilt mich natürlich. Das habe ich natürlich im Hinterkopf. Aber warum nicht? So. Wie geil. Das sind richtig einfach so eine Slots hier. Ist ja cool. Lederweste. Auswählen. Naja. Klee. Ausgerüstet. So. Jetzt mal ganz kurz bei den Waffen gucken. Wenn ich merke, dass die doch kacke ist, dann russchen einfach wieder um. Ist ja klar. Hexagon Stab. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Äh. Ernst kurz mal. Ne. Hat er noch eine Info? Aus robustem Holz gefertigt. Nö. Keine weitere Info. Einfach mal nehmen. So. Jetzt kommt so. Wie konntest du nur. Du hast mich verlassen. Mich den geilsten Stab. Okay. Jetzt wurde mir natürlich gerade gesagt. Kauf dir keine Rüstung. Die meisten Sachen finde ich im Spiel. Zu spät. Obwohl wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich wieder beim Speichern, habe ich kein Geld ausgegeben. Hehehe. Okay, gut. So. Jetzt nochmal kurz die große Runde zum letzten Turm. Denn sind alle Kontinente da. Es dürfte halt muss nach Australien eigentlich fehlen. Aber wer weiß. Hier war es nicht. So. Das hier war doch der letzte, oder? Boah, ist das der vierte? Turm fünf. Der letzte Turm. Ich kriege dir mal kurz mein Mikro, entschuldigt. So. Was? Er starrt. Du schon wieder. Du bist ja ein bisschen der Oberb... Was zur Hölle? Was? Ich darf doch da rein. Ganz schnell ausweichen. Äh, äh. Äh, äh, ausweichen. Komm schon, komm schon. Zurückschlagen. Hä? Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab's ja irgendeinen anderen Geheimgang. Äh. Ups, nee, ich stopp machen. Ich guck, ich muss mir mal kurz meinen Raum nochmal angucken. Hm. Er starrt. Äh. Hä? Nee, abprallen geht auch nicht. Ich kann ihn zwar angreifen. Warte mal, wer ich angreifen kann. Der kann doch bestimmt auch Items einsetzen. Soll ich mal ein Item machen? Ja, oder ich darf hier noch nicht hin. Ja, aber eigentlich müsste ich da in die Türii auf. Oder ich hab die falsche Waffe, vielleicht die Türii hier. So, einfach das mal ausgerüstet. Äh. Habe ich denn noch was bekommen? Habe ich denn noch was bekommen? Ups. Warte mal, was macht überhaupt der Kristallfaden? Ich hab ja ein Kristallfaden gekriegt, wo sich der Chat, der meint hat, oh, sehr gut. Was ist denn das? Ein funkelnder Kristall. Naja, gut. Was kann ich denn alles machen? Wenn ich erstarrt bin, kann ich nicht mal angreifen. Na, kann ich nicht mal springen oder sowas? Oder kann ich springen? Er starrt. Hm, toll. Dedeh. Ich kann... Ich kann nichts mehr. Ich kann nur angreifen. Höh. Oh Gott. Nee. Okay, das geht nicht. So, nicht wundern, Leute. Ich lese jetzt natürlich erstmal explizit nicht den Chat, weil das mir bestimmt wieder verraten wird, was ich da machen muss. Ich will erstmal gucken. Erstmal lucken. Der lässt mir... Im Notfall redet nochmal den Weisen. Im Notfall meint ja der Weise von... Alter! Der meint ja irgendwie von... Ich kann ihn ja über die Türme fragen. Weil ich jetzt hier will. Keine Ahnung, Mann. Alter, bin ich schon stark. Habe jetzt auch wieder den alten Stab. So. Hey, die Tür sagt nicht mehr. Muss ich jetzt doch hier rum? Warte mal. Na, heb hoch das Ding. So, da, 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 da. Ups. Boah. Mann. Wie kommst du hier her? Vieh, so Vieh. So. Heb hoch, Arge. So. Wo ist denn noch mehr? Na? Nein. So, du, du. Oh Gott. Ja. Müsste man noch nicht. So, jetzt komm schon. Lass mich rein! Hm. Immer noch mehr da. Oder muss auch die hier unten alle besiegen. Kann auch sein. Oha. Okay, jetzt mal kurz gucken. Der sagt aber eigentlich, soll ich ja erst hin, wenn die fünf Türme erledigt sind, ne? Ja, jetzt ist nicht die richtige Zeit, Mann. Komm mal wieder, wenn nur alle fünf Kontinente befreit sind. Alter, komm in den letzten Turm nicht rein, du Sack. Okay, gut. Mal gucken. Ui, ui. So, ich hab ja eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Obwohl. Wartet mal. Wartet mal. Ich kann ja, ich kann ja nicht. Kann ich in die Kiste rein, wenn der mich angreift? So, von wem er greift er? Ich hab einfach, schwupp, in der Kiste verschwunden. Also, ich kann ja angreifen. Ich kann dann, wie, na wohl, also, ganz erstarrt bin ich ja nicht. Weil ich kann ja, ich kann mich ja bewegen, um anzugreifen. So, erstarrt. Kurs mal gucken. Na, tschüss, tschüss. Ich kann stopp machen. Äh. Also, in die Kiste kann ich nicht rein. Wär so geil. Äh, weil er schießt auch. Er ist, wut, voll weggeklettert. Was kann ich denn machen? Und ich hab natürlich auch Zauber. Muss ich wissen, ob ich die einsetzen soll. Äh. Hm. Ne, der bringt dann doch nichts. Ui, ui. Ob der Weisen mir helfen kann, wenn ich den was über den Turm frage. Weil sonst bin ich ja eigentlich eher ratlos. Dö, 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 dö. Soll ich irgendwas hier heimgekippt? Boah, ich kann jetzt nicht in mein Menü reingucken. Ich würde ja mal gucken, was ich hier habe. Schützt mich so ein komischer Eisring irgendwie vor irgendwas? Ne, was schießt der da überhaupt? Gucken, was ich habe. Ja, Traumsegel wird nur springen. Wie, was ist das hier eigentlich? Das kann ich irgendwie ausrüsten. Ach ja, dann habe ich die Ringe. Ja, wo ist irgendwie... Ich würde ja auch nützlich machen. Bibliothek. Diese ohne klingelte Dämonenvieh hier, ey. Jetzt ist die Zaubertruhe. Feuerring. V. sagt, eisige Kälte. Kraft des Feuers. Hm. Lass mich mal kurz überlegen. Attacken. Standard. Amok. Stich, Wirbel, Block. Hey, ich kann blocken? Ein guter Schutz im Kampf. Ich kann blocken. Wie mache ich denn das? Wie block ich? Äh. Warte mal. Äh. Actions. Sprung, Schieben, Balance, Kriechen. Äh, Verlagere das Gewicht. Große Objekte verschieben. Hä? Warte, warte, muss ich wieder... Höh. Hier, blocken. Drücke den Block-Knopf. Ich hab noch nie R gedrückt. Ich hab noch nie R gedrückt. Stimmt, wartet mal. Kann ich... Ah, damit versuch ich's jetzt. Ich hab noch nie R gedrückt. In dem Spiel. Jetzt kann ich blocken. Und dann ist auch gleich meine Sperre wieder mit dem Chat vorbei. Kann ich gleich auf dem Chat gucken? Da, 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 da. Okay, du Spinner. Ich block das einfach ab, Mann. Ey, wenn ich angreifen kann, dann kann ich nur blocken. Los. Das wird sein. Ja, es klappt. Er start. Ja, 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 ja. Und? Uuuh. Ich kann nicht blocken. Wieso kann ich nicht blocken? Arsch, du bist doch... Vielleicht im richtigen Moment. Wat? Das ist ja fies. Oh, hier. Fuhr. Fuhr, 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 fuhr. Komm her. Fuhr, 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 fuhr. Und? Okay, blocken war doch fail. Mann, okay. Hm. Was kann ich denn noch machen? Ich guck immer noch nicht im Chat. Tut mir leid, wundert euch nicht. Was ist denn? Amok. Drücke mehrmals den Angriffsknopf. Ja, okay. Standard. Ja, drücke den Angriffsknopf. Wirbel. Drücke im Sprung den Angriffsknopf. Ja, und blocken. Ja, okay. Hm. Schade. Nehmen. Kriechen. Durch enge Gänge kriechen. Das sieht aus. Wie mach ich denn das? Drücke den Knopf, um zu kriechen. Welchen denn? Kann ich einfach so kriechen? Ne, war lang. Ist bestimmt bloß dementsprechend, wenn noch irgendwas da ist. Sprintknopf oder zweimal Steuerkreuz. Rennen, springen, schnell angreifen. Hm. Okay. Options. Äh. Ne, ist okay. So. Den, 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 den. Oh, das ist aber blöd. Ich dachte, mit Blocken hätte ich's. Hm. Ego-Spiegel. Stärke. Meine ganzen Crystals. Kristall. Neun von elf. Äh. Erfahrung. Okay. Oh, war ich schon... Okay, na, weil ich hab zwei ausgegeben, ne? Ich hab zwei ausgegeben. War ich schon... Ich hab alle Kristalle? Ich hab zwei ausgegeben, das hab ich alle, oder wie? Hm. Magische Karte. Kann ich nicht angucken. Hm. Der Blockknopf bringt nichts. Kann ich... Karte. Ja. Wenn Sie das nicht수